Oh ja, danke. Für mich nicht. Sind wir uns schon mal begegnet? Ich glaube nicht, nein. Ich bin mir sicher, ihr Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. Ich weiß nicht, woher. Ich habe sie ganz bestimmt schon mal gesehen. Nein, das glaube ich wirklich nicht. Liebling, ich glaube nicht, dass du den Mann kennst. Ah, 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 ich vergesse nie ein Gesicht. Kommen Sie schon. Woher kenne ich sie? Ich spiele in vielen Hardcore-Schwulen-Pornos. Vielen Dank.